Die letzte Übung des Parcours. Absolvieren Sie bitte nur dann, wenn es trocken ist und Sie sich fit dafür fühlen. Sie stehen im hüftbreiten Stand auf die Wippe. Nun versuchen Sie sich gut auszubalancieren. Die Übung dient dem Training Ihres Gleichgewichtssinns. Für den Anfang können Sie sich gerne festhalten. Sie steigern die Übung damit loszulassen und ausbalanciert zu stehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017